Chance Azubi ist ein Verein zur Berufsorientierung. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir jungen Menschen den Weg in die Ausbildung erleichtern möchten. Dazu haben wir ein mittlerweile großes Netzwerk geschaffen. Rund 300 Unternehmen aus der Region sind Mitglied bei uns und vernetzen sich rund um das Thema Ausbildung. Wir machen verschiedene Aktionen, um jungen Menschen den Weg in die Ausbildung zu erleichtern. Mittlerweile haben wir diese Ausbildungsmesse an zwölf Standorten im gesamten Nordwesten und möchten damit jungen Menschen die Möglichkeit geben, in ganz entspannter Atmosphäre ersten Kontakt zu Ausbildern oder zu anderen Azubis zu bekommen und sich zu informieren, was für großartige und vielfältige Chancen bietet die Heimatregion und was für Ausbildungsmöglichkeiten liegen quasi vor der Haustür. Wir haben auch Infoveranstaltungen für Eltern, Chance Azubi Talk nennen wir das, wo wir von einer Talkrunde auch Eltern informieren möchten. Wir haben Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte und Multiplikatoren, denen wir Einblicke in ausbildende Unternehmen bieten, die das dann wiederum an ihre Schüler weitergeben können, um da Orientierungshilfen zu geben. Dieses Veranstaltungsformat für die Lehrkräfte, das nennen wir Chance Azubi Tours. Was ganz viel und auch vor allem von jungen Leuten genutzt wird, ist unsere Homepage chanceazubi.de. Was ein Riesenpool an freien Ausbildungsplätzen bietet, über eine ganz tolle Suchfunktion, können da die Schüler direkt schauen, welche Ausbildungsplätze sind vor Ort. Da können sie sich auch über unsere Seite direkt bewerben und einen guten Einblick gewinnen, was für vielfältige Möglichkeiten hier in der Region und vor der Haustür liegen. Wir freuen uns über alle, die mitmachen wollen, seien es ausbildende Betriebe und Unternehmen, die sich in unser Netzwerk integrieren wollen, sind jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen uns auch über junge Menschen, die Lust haben mitzumachen und sich zu engagieren. Da schwebt mir beispielsweise vor, dass wir eine Art Workshop machen könnten zum Ideenaustausch. Wir entwickeln uns auch gerne innerhalb des Vereins natürlich weiter und haben Lust auf neue Projekte und neue Ideen. Und wenn da gerade von den jungen Menschen irgendwelche Impulse kommen, was sie noch brauchen, um den Weg in die Ausbildung zu finden, sind wir da sehr dankbar für alle, die da mitmachen möchten und die gerne Kontakt zu uns aufnehmen können. Durch eine Chance dazu haben wir schon recht viele Auszubildende gefunden. Ich selbst bin auch dadurch zu Firma Meierhoff-Nadelberg gekommen. Und es ist sehr positiv. Man findet gute Auszubildende. Machen Sie gerne mit bei Stocks dazu wie.